Guten Morgen Freunde, ja, willkommen zurück und ich begrüße auch die neuen Zuschauer. Ich habe jetzt drei oder vier mehr und ich danke auch den ganzen Kommentaren, also die ganzen Tipps hier. Die Textlogs kann ich jetzt auf Select abspielen. Glaube ich habe es noch nicht versucht, aber mir hat man es gesagt. Und wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Oh, diese Szene war wow, oder? Ähm, nam nam nam, ne, komm, wir gehen weiter. Ja, keine Zeit verschwenden, ne, ihr wollt ja was beim Spiel sehen. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich es auch schwergestellt habe. Also bis jetzt lief es ja ziemlich gut. Komm her, komm her. Ach, und ich habe den Sound etwas leiser gemacht vom Spiel, weil es etwas alles überdreht war. Okay. Okay, okay, alles cool, alles cool, alles easy, Knotenpunkt. Äh, Knotenpunkt. Ein Energieknoten, ja. Sind immer gut. Wo ist er vor? Boah. Ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Blödes Vieh. Komm. Heilung, oh. Sehr gut. Und wenn ich auf Select drücke... Ah, gut, kommt das Inventar. Okay. Ähm, heilen, ja. Können wir uns auf Kreis, ne? Jupp. Sehr gut. Jetzt sind wir fast voll. Ja, fast voll. Ähm, ist da was drin? Okay, da ist nix drin. Nö, tö, 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 ne Tür. Öffne dich und... Zeig dich, komm. Wer ist da gerade weggelaufen? Wo bin ich denn jetzt hier? Titan Station Elementary. Okay. Bin ich jetzt hier im Kindergarten oder was? In der Kindergartenabteilung. Wo soll ich denn? Da lang? Dann gehen wir erstmal da lang. Hallo? Trophäen. Wow. Schön. Oh, ich dachte schon, mein Handy klingelt. Was ist das denn? Ah, Credits. Auch gut. Na gut, hier geht es anscheinend nicht weiter. Also gehen wir jetzt hier lang. Dö, 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 was ist denn hier? Okay. Oh, zu. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Oh Gott. Die Dinger gibt es ja echt. Oh, komm her. Oh mein Gott. Oh, die sterben nach einem Schuss. Ich höre sie gerade hinter mir. Sind die hinter mir? Oh mein Gott. Oh, ausgewählt. Habt ihr gesehen? Oh, hab ich den Dinger drückt erwischt? Haha. Ja, ich zack. Oh Gott. Oh. Ah, ich drücke, ah, ich drücke, ah, ich drücke. Ah, wie ein verrückter. Na, komm. Komm, stirb. Ja, ja. Verdammt, ist das krass. What the? Oh. Tecna. Isaac, leben Sie noch? Wir können nicht leben. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. So. Welche Symbole? Was geht hier vor sich? Oh mein Gott. Guck mal, Köpfe. Oh. Süßes Lächeln. Hast du eine Hasenscharte, ey? Oh mein Gott. Weg damit. Gibt es noch Geld von denen oder so? Oder war es das jetzt? Da liegt noch Munition. Ähm. Also für diese Gegner brauche ich, glaube ich... Ah, da kann ich gar nicht rüber. Für diese Gegner brauche ich den... Ah, Speichern. Schon wieder? Okay. Ah. Für diese Gegner brauche ich die Strahlenkanone, weil die Strahlenkanone, ähm... Äh. Ist ziemlich gut für... Große Gegnerhorden. Zeige ich euch später. Für die, die sind... Ah, ein Schopf. Kommt ja wie gerufen. Komm, rein da. Ähm. Impulsgewehr. Ja, ja... Impulsgewehr haben wir jetzt. Ach, das Impulsgewehr. Das gab es auch im ersten Teil. Aber die war nicht so nützlich. Nicht so nützlich. Ähm. Hier. Diese Waffe will ich haben. Wie viel kostet die? 9000? Nehmen wir, oder? Ja, nehmen wir. Jupp. Wir haben ja genug Kohle. Ähm. Medipack-Klein. Das nicht, kaufen wir auch. So. Und... Munition. Ne, können wir, äh... Auch finden. Müssen wir jetzt nicht kaufen. So, wir haben jetzt die und die und die. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir was verkaufen? Nein. Im Safe ist auch noch nichts drin. So, jetzt haben wir die Strahlenkanone. Die ist ziemlich, ziemlich cool. Wo ist die? Ah, hier auf rechts ist die. Da, das ist die. Demonstriere ich euch gleich. Falls große Gegnerhorden kommen. Aber jetzt gehen wir weiter. Ein Fahrstuhlloch. Die Fahrstühle, wie ich sie liebe. Willkommen in der Wartehalle. Viel Spaß bei ihrem... Äh, ich konnte gerade nichts zu Ende lesen, weil da gerade ein Stuhl um... äh, umgeflogen ist und so. Free. Das passt irgendwie gerade hier voll nicht rein. Wo kommt das her? Hey Dana, so ein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Strass. Er war Patient im gleichen Projekt wie sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Also ganz ehrlich, ich glaube... Die Dana ist so eine hinterhältige, kleine. Naja, also irgendwie... Ich bin eher auf der Seite der Psychopathen irgendwie. Jeder, der Teil 1 gespielt hat, weiß es auch. Ich will ja auch jetzt nichts spoilern für die, die Teil 1 noch spielen wollen. Aber ich traue eher dem... Ja, 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 ja. Ich traue dem Psychopathen. Oh, japanische Musik. Ey, das ist voll cool. Das ist richtig cool. Da, da liegt noch was. Und, was ist das? Ah, wieder hacken. Hacken wir. Das Ding. So, Kreis suchen. Kreis... Da. Eins. Und... Zwei. Und... Na, wo ist die drei? Wo ist die drei? Wo ist die... Da. So einfach geht's. Und öffne dich. Und... So, schießen. Falls jemand kommt. Ne, scheint sicher zu sein. Ach, wieder ein Fahrstuhl. Alles klar! Discover your potential. Ask us how! Oh! Warning blablabla also ich hier wurde gerade frisch gewischt und wir können jetzt ausrutschen wahrscheinlich das ist unser erstes rätsel Oh mein Gott ich kann ihn nicht kontrollieren das war knapp das war oh nein nicht noch eine Oh Gott Ach du BÄM seht ihr jetzt habe ich alle erwischt oh nein Gott was wollten die Oh Gott Hab ich ja ganz vergessen Oh nein hier die Waffe BÄM und BÄM und na man kann sie breiter machen dann geht sie über den ganzen Raum verteilt Also die Strahlkanone äh der Strahl der Kanone breitet sich dann über den ganzen Raum aus und die ist ziemlich gut Ziemlich gut So da ist auch Munition für sie nehmen wir auch gleich mit Ähm Cultivate your future Wo sind wir hier ey Ach da redet ja ganz seit jemand im Hintergrund höre ich gar nicht gehört Was ist das Nein Oh hab ich da jetzt was übersehen kann ich zurück Nein ich will zurück Ich will zurück Ich will nicht Na gut dann gehe ich da halt hin Oder du nicht Nein Kann ich zielen? Nein immer noch nicht Und Okay Ich habe ja mal Angst dass er hier irgendwie so ein Gesicht mich plötzlich um die Ecke anguckt oder so Kommt bestimmt noch 100% So wie ich Dead Space kenne Kommt da bestimmt noch was Ähm oh Moment hier finden wir unseren Cutter Ja Ja Das ist ziemlich cool dass ich jetzt auch nach unten zielen kann und so Ziemlich gut Perfekt EA falls ihr zuguckt Grandios Wow Okay Wer das hier sieht sollte aufpassen Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern Sehen sie Sehen sie Ich habe mit diesem Tritt schon drei Stunden überlebt Gesehen Einfach zurückschießen Okay Dankeschön Gibt es noch was mit dir? Ich werde weit verbluten Mich hat es übel erwischt Ich hoffe das hilft Ihnen Wer sie auch sind Ich bin Isaac Isaac Clark Ähm Ach der ist hier auf die gezielt oder? Ne ist das gleiche Wiederholt sich immer Gut Äh Moment Den Knall Da kriegen wir Geld oder? Nein Kriegen wir nicht Öffnen Ding nehmen Ding nehmen Ding nehmen Oh Nein Och geh auf Kann ich eigentlich das hier in die Hand nehmen und dann Tür gleichzeitig öffnen? Nein Das können wir erst im dritten Teil Wir gehen jetzt erstmal hier hoch Wobei ich glaube das ist richtig oder? Ja das ist richtig Also Ich gehe jetzt erstmal runter Komm Ich möchte nichts über Ach da ist eine Kiste Sehr gut Und neben Ja Die ist geschlossen Okay Sieht nach Bosskampf aus Die Tür da unten Öffne dich Öffne dich Hab ich gesagt Und nehmen Und schnell dahin bevor sie sich schließt Wow Was soll das denn? Wow Stamm 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 Das ist die Kartoffelpüree Maschine Der Zukunft Ach ich muss speichern Nein ich hab vergessen zu speichern Oh Gott Ich hab vergessen zu speichern 12 Uhr immer noch Och ich hab vergessen zu Och nein Och nein Hier ist eine Bergbank Ähm was machen wir denn? Hm Plasma cutter bin ich eigentlich ziemlich zufrieden Geht schnell Ähm hier den Äh die Strahlenkanone Hier kann man die Breite verbessern Wenn wir jetzt hier die Kapazität Dingsbumsen Äh Dingsbumsen No 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 Äh mehr Schaden Komm wir machen mehr Schaden Und unseren Plasma cutter Der ist ja nicht ziemlich cool Da machen wir Ne doch da machen wir gar nichts Wir behalten Oder Rick Ne Stase Modul Ähm Hier unser Stase könnten wir vielleicht verbessern Hm Ne komm Den behalten wir Den Knoten Vielleicht brauchen wir den noch für irgendetwas Aber ich möchte jetzt speichern Ah es geht wieder Gut Dann mach ich auch jetzt hier gleich einen Cut Komm ich will jetzt speichern Sonst geht's gleich weiter Ähm und wir machen beim nächsten Mal wieder Weiter mit Äh Dead Space Genau so heißt das Spiel Hier Ach und ich will Mal einen zweiten Speicherpunkt anlegen Falls sowas schief läuft Hab ich jetzt gespeichert Das geht immer so schnell Und Ja Hab ich Äh jetzt muss ich aber Nichts zurechtfinden Ja das hier Gut Auch schwer habt ihr gesehen Das ist der Beweis Dass ich auch schwer spiele Gut Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal